Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und heute spielen wir World of Warships. Mein Schiff ist heute wieder mal die Bayern. Stufe 6. Kurze Fakten, wo das interessant ist. Feuerreichweite 15,1. Sichtbarkeit 25 Kilometer aufgerundet. Sekundärbatterie 5 Kilometer. Die schießt automatisch, falls ein gegnerisches Schiff in meiner Reichweite ist. So, mein Team hat noch nicht mitgeteilt, wo es hinfahren will. Also C kann man knicken, glaube ich, bis ich da bin, das Weihnachten. Ich würde sagen, ich mache einen Kurs. Wir fahren an B vorbei. An B vorbei, würde ich sagen. An der Insel da vorbei, gebe ein bisschen Deckung und fahre zu A. Der eine Kreuzer kommt auch schon in unsere Richtung. Nein, das ist kein Kreuzer. Das ist ein Königsberg. Oh, ich dachte, Königsberg wäre ein Schlachtschiff gewesen. Also ein größerer Pott. Na gut. So viel zu meinen Kenntnissen, was Schlachtschiffe angeht. Ja, die kommen rüber. Die zählen erst mal den Gegner. Die konzentrieren uns auf A und B. 15 habe ich gesagt, ne? 15,1. Wir machen doch mal einen Schwenk in die andere Richtung. Weil umso früher die Zerstörer raus sind, umso besser, finde ich. Ich mag die nämlich überhaupt nicht. Also selber fahren, macht absolut Spaß. Torpedos werfen, ausweichen. Leider bin ich nicht so gut da drin. Ja, was ist noch hinter dem Hügel? So, jetzt können wir aber. Den habe ich gerade verpennt. Wir müssen drehen, drehen, drehen. Kommt da was an? Ja, der war gut. Drehen wir noch ein bisschen? Ich glaube, 8 hatte ich. Feuer. Ne, ganz knapp. Ganz knapp. Das ist jetzt nochmal kompliziert. Und da war das Ziel, was ich haben wollte. Aber der fährt jetzt hinter der Insel. Oh, er brennt wieder. Gut, dann geben wir unseren Zerstörer da mal Deckung gegen die New Mexico. Und dann drehen wir weiter und fahren, ja, weg. Ah, da komme ich nicht hin. Gut, dann drehen wir. Ich wollte euch nur Deckung geben zum Abziehen, Jungs. Mehr wollte ich nicht. Kann die Hügelchen einmal drehen, bitte? Ah, die hat jetzt eine Linie gefahren, also. Schlecht. So, haben wir irgendwas in der Nähe hier? 16. Oh, die ist fast Platz. T22. Okay, okay. Ihr habt mich überzeugt. Ihr habt mich überzeugt. Ich helfe euch da. Das waren verstanden. Fertig? Komm da weg, mein Freund. Nicht, dass du kaputt gehst. T22, du bist super. Und du den einversenkt hast. Los, Männer, lad nach. Amsel, ach. Hätte ich schon gedrückt. Weh eroberts. Super. Oh, den hat es dahin gerafft. Abfangkurs auf den New Mexico. Ich glaube, es ist... Ich habe einen Sechser. Er war ein Siebener. Was schießt der denn? Ach, da hinten ist noch einer. Der Kongo. Super. Dann kriegst du gleich einfach einen Latz, mein Freund. So, kommt die an, kommt die an, kommt die an. Kommt da was an? Ja. Brennt. Ich liebe, wenn sie brennen. Ah, das ist jetzt so hoch. Das war so hoch. Ja, das kriege ich da ein bisschen. Aua. 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 Da hat er mich. Sack. Höhenbruch. Höhenbruch, jawohl. Problem gelöst. Kongo, was machst du? Die hätten wir zusammen gekriegt. Wir beide. Alleine schaffe ich den nicht. Welches Beidreh habe ich auch gefunden, das fressen. Ja, auch ein Sechser. Ah ja, er ist einfach... Er schießt besser. Weg, 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 weg. Dreh weg. Ich meine, er brennt noch, aber... Oh, kann ich nicht schießen. Schießt noch. Ja, und brennt wieder. Wenn du weißt, krieg ich Unterstützung oder was? Von wem da? Das ist denn überhaupt so. Bisschen vorsetzen. Jetzt noch einmal anzünden. Noch einmal anzünden. Ganz knapp nicht. Ach, jetzt hat er da. Irgendwer hat ihn geschossen, aber es hat mir getroffen. Unser Team hat die Führung übernommen. So, wir leben noch. Da hinten ist noch eine Bretagne. Alleine. Alleine. Da habe ich aber keine Chance. Bayern ist ganz schön abgekämpft. Vor allem unser... Überall gelippt noch das Feuer. Dunkel alles, kaputt geschossen. Aber auch immer gut auf die Mitte. Okay. Was sie jetzt machen könnten, sie könnten sich aufteilen und halt die jeweiligen Positionen einnehmen. So, wie das die Fidschi auch gerade macht. Nichts. Ja, das war noch das Schlachtschiff. Mit Fidschi will ich jetzt in, äh... Ja, da kampfen. Da kriege ich auch gleich von der Omaha. Auf den Sack. Na, komm. Ja, gibt's mehr. Die haben wir schon Kreuzer entdeckt. Ach, die... Hab ich gar nicht gesehen. Ja, jetzt gibt's Kreuzfeuer. Wir nehmen alles, was wir kriegen. Shit. Von vier Positionen aus. Ach, ich dachte, das wäre der Kreuzer gewesen. Shit, 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 shit. Da ist noch was. Da ist er. Schade, schade, schade. Ja, er brennt. Ich warte nochmal ganz kurz. Also, wir haben ihn gerade nicht auf dem Schirm, weil die Reichweite weg ist. Also, keiner mehr ihn sieht. Aber er brennt. Hat er was zum Löschen? Ah, da lebt er noch. Und er hat er gelöscht. Schade. Das wäre noch cool gewesen, wenn er abgefackelt wäre, weil 700 ist einfach nicht viel. Noch 700 Höhmpunkte. Ja, ich bin, äh, geradewegs in den Tod gefahren. Ich hätte nicht, äh, nach B fahren sollen. Aber die haben genau jetzt das gemacht, was ich sagte. Sie haben sich aufgetrennt. Es war ja, die sind auf eine Linie gewesen vorhin. Und es sah so aus, als ob die B, äh, A verlieren. Jetzt sind wir komplett von rechts nach links gefahren. Und, ja. Jetzt konnten sie B einnehmen. Weil auch keine weitere Unterstützung von den anderen Schiffen erfolgte. Oder nicht viel, auf jeden Fall. Ja. Haben sie gut gemacht. Muss man sagen. Gut gekämpft. Wir haben ein bisschen verteidigt. Aber wir haben uns... Wir waren nicht schlecht, aber wir haben uns auch nicht teuer verkauft. Das war ein Mittelmaß. Na gut, nächstes Mal mehr und nächstes Mal hoffentlich auch mehr Erfolg. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.